Moin Moin, wir erklären euch heute die schriftliche Addition. Wir benutzen die Zahl 123. Das sind die Hunderter, das sind die Zehner und das sind die Einer. Nun möchte ich die 123 plus 54 rechnen. Nun möchte ich die 54 nach der Größe sortieren. Das Plus in die nächste Reihe, die 5 unter die Zehner und die 4 unter die Einer. Jetzt zeichne ich einen Strich unter die letzte Zahl. Als erstes rechnen wir die Einer, also 3 plus 4, das ergibt 7. Jetzt rechnen wir die Zehner, also 2 plus 5, das ergibt auch 7. Als nächstes rechnen wir die Hunderter, die 1 plus 0, die 0, weil da keine Zahl ist, das ergibt 1. Jetzt haben wir das Ergebnis, nämlich 177. Musik 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 Musik